Eisenbanner Euer Mut wird auf die Probe gestellt, Hüter. Beginnt! Du hast Zone C erobert. Der Gegner beansprucht Zone A. Zone B erobert. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck! Drei 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 So eine Beebe! Du hast Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Du ziehst davon. Ein starkes Statement. Alle zusammen wie die eisernen Lords. Zone B verloren. Die Zonenvorteil. Das sollte sie zur Ruhe bringen. Die Zonenvorteil. Die Zonenvorteil. Das macht zwei. Dein Licht lodert wild, Warlock. Die Zonenvorteil. 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 Zone B verloren. Zwei erledigt. Noch fünf Minuten. Eine solide Taktik bis jetzt. Du hast Zone B erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Das macht zwei. Zwei erledigt. Noch drei Minuten. Mach weiter Druck und du kriegst sie. Zwei erledigt. Zone B verloren. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Gut gekontert. Jetzt triff sie nochmal. Noch eine Minute. Gut gekontert. Jetzt triff sie nochmal. Sie haben gewonnen. Aber du wirst zurückkehren. Selbst nach einer Niederlage erweist ihr euch als würdig. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Zwei erledigt.